Herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Play, diesmal von mir, Mr. O'Kane und Nackt Showers. Der Kevin, der ist gerade irgendwie verhindert, aber wahrscheinlich wird er in der nächsten Folge hoffentlich doch mal hinzustoßen. Allerdings gibt es eine kleine Änderung, wir sind jetzt in einem öffentlichen Server. Hallo. Mal gucken was passiert. Hallo. Na gut, das ging schnell. Schauen wir mal. Ich füge Klemmer hinzu auf jeden Fall. Einfach alles. Einfach alles. Ich klatsche jetzt auch einfach alles rein. Ja gut, Kopfkamera lasse ich nur eine drin. Ist schon gut, wenn die andere nicht drin haben. Mein Essen ist fertig. Nein, nein, das ist deine Ecke. Mein Essen ist fertig. Ja nein, mein Essen ist doch noch nicht fertig. Ja, das ist sehr gut. Aber du teilweise manchmal schon ein bisschen arg leise. Machs, sorry, ist du gut? Was geht auch? Nichts, zocken. Cooler Namen auf jeden Fall. Ja, immer wieder schön. Das waren Props. Ja, dann aufbereit klicken und ab geht's. Ah, ich hab ja gesagt. Ist schon alles hinzugefügt. Was gesagt, German. Was? Ich hab's nicht verstanden. Ich auch nicht. Oh, ja. Loser, where are you from, man? What? Wer nimmt sich Loser, ey? I'm from Losertown, man. Losertown? You mean, why is it down? No, no Losertown. Lazy Town? So. Also, ein Foto vom Geist. Dreckiges Wasser und Geisterhäte. Okay, einer ist schon mal weg. Was, einer ist weg? Beim nächsten Mal zocken wir einfach wieder zu zweit. Ähm, Loser hat keinen Bock gehabt. Sagt schon. Der Name sagt schon alles. Wie heißt der? Wie heißt der, der Geist? Ja. Carol Jones. Carol. Ich hab immer so einen nervösen Finger. Okay, passt. So. Boah, ich muss auf die Steuerung erstmal wieder klarkommen. Perfekt, perfekt. Alter, der... Also... Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Kevin, du musst direkt wieder WeChat suchen. Bin schon. Ich bin dir einen Schritt voraus. Oha. Bin schon auf der Suche. Oh, bei mir hat es gerade einen Legstep gehabt. Ganz komisch. Äh, er hat es schon gefunden. Das... Ich fühl mich... Ich fühl mich... Was? Ich fühl mich unfair bevorzugt. Also benachteiligt. Ja, hier... Elf Grad. Ich glaub hier Wohnzimmer oder irgendwo. Sie denken, sie könnten meinen WeChat-Brett haben. Aber das können sie nicht. Ah, nee, hier sind... Wo bist du? Hier, Kinderzimmer. Warte, was sagt's? Kinderzimmer. N... U... Wo bist du? R... S... Nurse. Nursery, oder? Ja, dann schon Kinderzimmer, ja. Was ist... Ja. Ja, also... Ja. Ich hoffe, ich hab sie sich im Kopf falsch übersetzt, aber Schwester... Äh, Schwesternzimmer halt, oder so. Ja, ich denk mal Kinderzimmer. Weil das sind elf Grad. Ja, das wird schon Kinderzimmer sein. Ja. Wo ist es denn? Das Kinderzimmer. Schreib ins Buch. Neun Grad. Achso, da liegt schon ein Buch. Toll. Schreib ins Buch. Lieber in Mainz. Läuft da irgendwo was? Ja, Wasser muss irgendwo laufen. Rutsche, klar. Achso. Ja, aber normales Wasser. Oh, Mann. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Vielleicht antwortet er dir jetzt nicht. Der antwortet mir nie. Nee, ich mein ja auch unseren Mitspieler. Dann nehm ich mal Schwarzlicht mit. Das hat wenigstens noch keiner dabei. Wie alt bist du? Ah, jetzt geht was. Tiefen? Wow, Schwarzlicht. Was willst du? Wir haben Fingerabdrücke. Yay. Das Buch hat er noch nicht geschrieben, oder? Nee. EMF? Ich glaube, der ist typisch kaputt. Ja, irgendwie. Irgendwie habe ich auch das Gefühl. Der EMF schlägt aus. Drei. Da hast du EMF. Das Buch hat er noch nicht geschrieben. Das Buch hat er noch nicht geschrieben. Ähm. Du, ich weiß, wo du bist. Du wab... Oh, Mann. Geister-Obs haben wir noch nicht. Fingerabdrücke und sonst nichts bis jetzt. Nee, bloß Fingerabdrücke. Ja. Bist du da? Yes. Hier. Was willst du? Die Geister-Box. Oh, der Typ färbt schon ab. Das ist nicht gut. Wir dürfen nicht mehr mit ihm zocken. Ich baue hier erstmal. Ich schaue noch nach O-Obs. Tschüss. 1-3-4-Obs. Ich habe O-Obs gesehen. Das ist ein Mare. Oh, und ich bin im Dunkeln hier drin. Ist der Poltergeist, man. Ähm. Was war es? O-Obs. O-Obs, ja. Poltergeist, kein Mare, Diggi. Was? Ja. Also bei mir steht ja Mare. Was? Ich habe gefrierte Temperaturen ausgelegt. Ja, Brücke, Box. Und da ist der Ob. Poltergeist. Hauptsache, er ist mal überzeugt. Ja, dann lass direkt Abfahrt machen. Warum? Kein Foto vom Geist. Nee, lass direkt neue Aufgaben machen. Und mein Eisniswerk. Na, deswegen. Okay, dann wird das halt eine neun Minuten Zwischenrein-Hau-Folge. Sag es nicht. Egal. Bonus. Bonus. Ach, f***. Jeder will Bonus. Nur verrückt. Oh, er mit seinem LazyTown. Das ist echt Bombe, eigentlich. Hey, Mr. LazyTown. Ich bin mal kurz weg. Welcome back. I've got some jobs ready for you. So, dann. Ja, ich habe es mitbekommen. Gut, dann wird das einfach jetzt die Folge vor der Folge als Bonus werden. Und, ähm, ja, bis gleich, Leute. Bis gleich, Leute.